Guck auf den Boden! Die werden hinter dich teleportieren. Hast du auf einmal so einen Schrank hinter dir stehen und weißt nicht woher er kommt? Hey, da kann man was abdrehen. Und er geht einfach durch. Du hast wohl genau in dem Moment gedreht, wo ich durchgegangen bin. Ja, da ist wenig Timing, ne? Hoppla. Hui, da ist der Kopf aufgefrogen. Schwing, 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 schwing. Au. Ich bin einfach nach hinten gefetzt. Alles tot, alles tot. Pfff. Deshalb brauche ich nicht. Also hier waren wir aber noch nicht. Naja, ich bin wieder so ein Fetty. Au. Au. Guck mal! Geile Disko, ne? Hihihi. Stierp. Nein. Wieso bin ich tot? Scheiße. Da war ich gerade im Rage-Modus, ne? Und dann soweit. Mein Rage-Modus hat mir gerade den Arsch gerettet. Dein Rage-Modus ist übertrieben und du musst dafür auch noch nicht mal was machen. Richtig. Deswegen finde ich ihn ja so geil. Boah, der hat 2000 Dollar gegeben. Heiß. 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 Oh Gott. Feuer ist fein. Du kriegst Geld. Du kriegst das Geld, ne? Ich nicht. Hm. Schmeckt's. Nö. Du bleibst da. Du bleibst da. Du triffst hier. Ne. Ach du. Sterb doch einfach hier. Rechts. Links. Arschtritt. Hoch 10. Ach. Heiß. Aua. Heul nicht rum du. Komm doch. Oh. Bist du wohl weg hier? Ey, ich will nicht hier dahin, äh, vegetieren. Ich hab nen Bauplan. Oh. Oh, oh, oh. Wo bist du? Wo bist du? Oh. Oh. Oh, die haben ne Neuerung reingemacht. Was? Nimm mal hier ne ausgewählte Waffe und guck dir mal die Waffe an, ne? Stacheldraht. Also hier. Wie jetzt? Einfach nur angucken. Einfach nur Mauszeige drauflassen. Guck mal was bei der links eingeblendet wird. Was denn? Also bei mir werden da die Stats von der aktuellen Waffe eingeblendet. Links? Ja. Am Bildschirm ran. Wenn du die Waffe anguckst, einfach nur Mauszeige drauf. Wie machst du das denn? Ich drück immer mittlere Maustaste und switch dann immer so. Nein. Ganz normal, nix haben, Fadenkreuz, einfach auf die Waffe. In der Kiste legen. Einfach nur draufführen. Ach, in der Kiste? Ja. Von welcher Waffe hast du denn jetzt gerade geredet? Ach so. Nö, das war schon ganz am Anfang so. Echt? Mhm. Das ist mir noch nie aufgefallen. Ja, passiert, ne? So, wir haben hier gerade eine, äh, irgendeine neue Modifizierung bekommen. Stacheldraht. Genagelt war das nicht, das war Stacheldraht, genau. Oh, brauchen wir einen Baseballschläger und Stacheldraht. Ich hab zweimal Stacheldraht drin. Hoppla. Was? Ich hab zweimal Stacheldraht. Oh. Kannst du ja was mit, äh, schon machen. Ich hätte das auch gern. Äh, ja, gib mir ne Waffe, die ich modifizieren kann. Warte. Ja. Welche lohnt sich denn? Ähm. Ah, ne, warte mal. Doch, mach mal. Ich guck gerade, welche Waffe sich lohnen würde. Ein Hammer? Geht nicht, ne? Ja. Ja, ich guck mal kurz nach. Du kannst, Baseballschläger, Stock, Holzknüppel, Tonpfaff, Knüppel, Metallknüppel, Polizeiknüppel, Keule, äh, Streitkolben, Streitkolben, Streitkolben. Streitkolben, okay. Kannaboo. Perfekt. Boah. Äh, wie war ich nochmal weg? Q? B, V. Nein, B. Geh in dein Menü, geh in dein Menü und guck dann einfach, was fallen lassen heißt. Äh, heh, heh, heh. Hm? Ja. In Menü meine ich Inventar. Ja, ja, bin ich, bin ich da. Da, hinter dir, du. Richtig. Was sollst du denn? So. Mach auch nicht so weit wegwerfen. Mit haben wir denn bei Fähigkeiten? Da können wir ja immer noch nix machen. Schade eigentlich. Du nimmst die ganze EP weg, alter. Hm? Bin ich jetzt Pfanne? Warum? Kann ich irgendwie nicht. Ach, weil das wahrscheinlich ein gewöhnlicher Streitkolben ist. Und? Ja, er ist ein gewöhnlicher Streitkolben. Aber das heißt doch nix, das ist doch nur die Qualität. Nee, nee, du musst entweder einen exotischen, einen exotischen, ne, exotischen Streitkolben kann man machen. Ach so. Ja, gib mal wieder. Ja. Und irgendein... Flansch... 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 Flanschstreitkolben. Keine Ahnung, wie den man nennt. I... Äh... Da. Fallen lassen. Nehmen wir. Danke für diese gute Freude. Danke, dass du mir einen Streitkolben gibst. Hammer. Du bist grad bei mir geschwoben, geschwebt. Wuuu. Ja, das sieht ein bisschen bekloppt aus, wenn ich das mal so sagen darf. Warte mal, ist hier unten was? Ja, hier ist ne Kiste. Wuuu. Und Dietrich? Was für mich? Legendärer Hammer. Und ein Schädel. Äh, Hammer kann man, glaub ich, machen, Dingsen. Ich hab ein Schädel bekommen, Orangenen. Warte mal, sollen wir nochmal zurück? Vielleicht ist er für die Opferstelle da, der Schädel. Okay. Können wir versuchen. Der... Der Hammer heißt MC. Der Hammer heißt echt MC. Nehmen wir dafür dort da. So. Und den Hammer gucken wir mal nach, womit wir den ausrüsten können. Nein. Hammer kannst du nicht mit Stacheldraht nehmen. Ja, okay, aber... Vielleicht mit was anderem. Ja, wollen wir den nicht zurück? Ne? Ach, ich weiß es nicht. Erstmal gucken, wie der Hammer drauf ist. Boah, der schlägt ziemlich schnell zu mit dem Hammer. Oh. Damage. Klong. Guck mal, roter Energy Drink. Nicht anfassen. Ja. Achtung. Könnte leicht verseucht sein. Ey, Lula. Die kommen hier durch wahrscheinlich wieder, oder? Aber wir haben hier einen Kontrollpunkt erreicht. Vorsichtshalber, die Typen da schon mal gekillt. Guck mal. Ja. Hier sind doch noch was... Ja, Geld. Grundmesser. Sieht schon cool aus. Ahja. Den habe ich auch kurz vorsichtshalber einfach mal geköpft. Ja, wenn man... Cool. Als ich hinten gerade war, haben sie sich nicht bewegt. Als du gekommen bist, ja... Ja. Ich bin halt laut. Höhöhöhö. Zack. 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 Und zack. Und zack. Und... Was auf jeden Fall... Oh. Treten ist anstrengend. Ah. Hehehe. Was auf jeden Fall deinen Hammer macht, der entzieht den Viecher in Ausdauer. Anstatt Leben. Nix. Doch. Zuerst geht die Ausdauerweine runter, also das Gelbe. Woran siehst du denn die Ausdauer von denen? Ähm... Lebensbalken von denen? Rot ist Leben und gelb ist Ausdauer. Wenn die keine Ausdauer mehr haben, kippen sie um. Aha. Hüpf. Boah, Country wird hier gespielt. Was für ein Country? Naja, Country-Mucke. Hey, ich habe was gefunden. Ein Safe. Tresor, ein Tresor. Ein Safe ohne irgendwas drin. Wow. Ah, ein Ausweis. Alkohol. Hier. Ja, nehmen den auf. Den kriegen wir alle. Ja, habe ich schon. Achso. Also die einzige Tür, die noch aufliegt ist. Okay, statt was tolles... Nö. Und jetzt? Die Tür. Aha. Natürlich. Wir sollten auch... Pangen. Pff. Oh. Jetzt geht wieder hier... Moment. Waffe wechseln. Was machen wir? Waffe wechseln. Achso. Jetzt geht es hier wieder los. Hier. Ego-Shooter. Na? Sag mal, erinnert dich diese Stelle nicht auch ein bisschen an... Fallout? Vor allem... Die treffen nicht, Mann, ne? Ne. Ich treffe irgendwie gerade auch nicht. Headshot. Geht doch. Headshot. Ich auch. Ich, eh. Boah, Headshot. Alter, ich stehe vor ihm. Ah! Es gibt so viel Damage. Wieso ist in einer Eis... Eisschatulle Alkohol? Weil sie es können. Die... Da war doch gerade eine bessere Waffe als die hier. Ja. So. Und du hast deine Waffe noch in der Hand. Du sag... Gib sie her. Oder nicht. Gehe ich jetzt einfach mal weiter. Hier ist auch... Nein. Markenschampagner. Ey, Markenschampagner. Nimm mit. Hab ich. Brauchen wir. Und nicht saufen, ne? Ist auch Quest. Das ist, äh... Das ist... Irgendwie Material nur. Boah. Tausend... Ne, Markenschampagner ist auf Quest für... Im ersten Teil. Nein, nein, das meine ich nicht. Äh... Alter! Wie viel Geld haben die in den Kassen? Ja. Genau. Das habe ich mir gerade auch gedacht. 1.200... 3.000... Äh... 1.800... 1.600... Oder so. Ein wenig viel! Ja. Ach da! Da hat er sich doch mal... Genüsslich... Wow! Hingesetzt! Wow! Ich bin so gut! Oh nein! Nachladerückler! Oh Gott! Jetzt läuft er wieder mit 60 Frames per second. Jetzt wieder 30. Versteh das nicht! Gucken wir mal hier um. Vielleicht gibt's hier ja noch schöne Sachen. Ausweis... Wo? Money... Wo hab ich gerade aufgenommen. Ja, aber das ist nicht für alle. Muss man dann sagen, wo das ist und dann... Der lag hier! Wieso haben Monitore bitteschön Blue Screen? Also... Der lag hier! Aha! Da liegt aber wahrscheinlich nichts mehr für dich, ne? Äh... Ein Ausweis! Nicht? Ja! Hab ich doch gesagt! Und da hinten sind Fernseher mit Blue Screens! Motto! Hey, wir haben auch einen neuen Fernseher, ne? Hier stürzt es auch immer ab. Wir brauchen immer neu starten. Was? Ja? Ach, weil sich das gruselig aus, du! Oh! Das ist ja wie in 4-3! Oh! Hust, hust! Äh... Noch ein mittelisches Medikid! Jo! Jetzt können wir gehen! Jetzt haben wir alles durchgeguckt! Äh... So! Gibt auch nichts mehr! Das... Aha! Das ist auch nichts! Das... Aha! Das ist auch nichts! Die mittelmäßige Pistole, ne? Die ich habe. Hm. Die macht weniger Schaden als die verformte Pistole. Weil theoretisch würde ich nach dem Gehör nach der mittelmäßigen gehen. Oder? Hm. Äh... Kommst du? Ja, hm... Ich... Hab gerade ja meinen... Huuuuh! Uah! Huuuuh! 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 Oh, ein Gegner! Bisschen Stressgegner! Hm, 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 hm! Und wieder geköpft! Hm, hm, hm! Hier ist ein Fakt! Dass die das auch so schnell lesen können, ne? Tja... Das ist, ähm... Gibt doch meine Nase vor Freude! Nicht? Ja, kommt doch! Zack, 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 zack! So geht das hier! Ey, bei dem geht jetzt gerade das Leben zuerst runter! Ne, du bleibst da... Du bleibst schön, äh, liegen! Und wieder geköpft! Ich hab's gesehen! Da liegt er! Vor allem wenn ich die Köpfe, ne? Was? Wenn ich die Köpfe, wird automatisch die Haut vom Gesicht abgezogen! What? Logik? Naja, hast du schon mal... Boah, wie cool, du kannst einen Hutständer als Waffe benutzen! Echt? Hast du schon mal Ricky O gesehen? Hm? Wie geil ist das? Oh! 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 Guck mal, guck mal, guck mal! Zuckerstockmesser für dich! Oh! Hier damit! Hier damit! Hier damit! Hier damit! Noch mehr Fuck! Also hier ist Fuck die hier so! Jaja, die hab ich schon! Achso! So, dann geh ich schon mal durch hier, ne? Hier war ja nix soweit! Uuuuuhh! 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 Von wegen hier war nix! Uuuuuhh! Uuuuuhh! Ganz falsch! Ganz falsch! Duuuuuhh! Heeeh! Ich hab' ihn sogar überlebt! Ich hab' ihn sogar überlebt! Ich hab' den Eingang von ihm überlebt! Ich hab' volle Leben! Jetzt hab' ich doch Zeit! Ich bin immer noch n'Rage in mir, das war! Das gab' mir jetzt 1300 EP! Ich bin so glücklich! Oh, das ist aber ein bisschen lieblich hier, du! Bippst du? Ja! Bippst du immer noch? Nein! Jetzt nicht mehr! 1450 Damage! Und ne leuchte Machete! Die muss ich ja, also die Machete muss ich sowas von dringendst upgraden! Die hört ja gar nix aus! Ne? Ne, ich hab' dreimal, ich hab' es ja jetzt viermal zugeschlagen, ne? Hm! 10% schon unten! Oh, ja! Die hört ja mal sowas von gar nix aus! Ja! 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 Kinder! Ja! Oh! Überlebende! Alter, wo bist'n du schon wieder? Rochenschwanz! Markenschampagner! 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 Alkohol! Alkohol! Hier sind Killer! Raskols! Schläger! Super! Ist das alles, was wir sagen... Oh! Was sind Raskols? Weiß ich nicht... Aber er schreit... Er schreit... komischerweise... Morsem, obwohl ne Tür zwischen uns im Weg ist... Hm... Na, schaffst du's? One-Hit-Friend. Lieber! Oh! Hier sind wieder böse Leute! Du! 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 Was ist denn mit dem geschehen? Also, dass man von der Schusswaffe ein Salto macht. Auf der Stelle. Das ist mir neu. So. Die stehen da einfach. Bam, Headshot. Oder auch nicht. Bam, Headshot. Wie es einfach nur ein Ego-Shooter ist. Der hat ein Sturmgewehr. Der da hinten. Hat der? Hier liegt ein Sturmgewehr. Tatsache. Für mich. Ja, nimm du doch. Ist mir doch egal. Ich bin nicht einfach vollkommen zufrieden.